Hallöchen Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Turbo Dismount. Wir sind dabei, die ganzen Maps durchzuspielen, um dann Custom Maps zu spielen. Und ich mache einfach mal hier eiskalt weiter. Gucken, was hier so abgeht. Wir haben immer noch unser cooles Quad, was letztes Mal echt gut funktioniert hat. Ich glaube, wir versuchen es damit einfach nochmal. Und gucken, ob wir hier dicken, fetten Schaden kriegen. Ampeln sind grün gewesen. Ja, das war jetzt einfach mal nichts. Aber, das wird sich eventuell jetzt ändern, wenn wir das Fahrzeug wechseln. Und zwar glaube ich, dass wir mit einem großen, schweren Fahrzeug hier ordentlich Schaden machen können. Wir nehmen mal den fetten LKW. Bams, Attacke, los, rast da rein. Mach Schaden. Klasst dich alle weg. Oh, LKW gegen LKW. Oh, und noch ein LKW. Und, ach du Arzt. Ich glaube, wir liegen unterm Bus, hä? Ja, wir liegen unterm Bus. Ähm, mein LKW rastet noch ein bisschen aus da. Der schiebt die Autos mal. Die Palme. Was zur Hölle? Der hat die einfach mal aus dem Boden gezogen. Ich will mal kurz gucken, wer hier so welche Rekorde hat, ja? Ähm. Ähm. Ja. Drei Millionen gilt es zu schlagen. Nichts leichter als das. Wir gucken mal nach einer anderen, äh, Fahrtrichtung. Vielleicht nach rechts. Nach rechts ist eigentlich auch ganz gut. Ach. Wir versuchen es einfach mal. Mal gucken, was dabei rumkommt. Vielleicht haben wir das Glück und uns, uns erwischt irgendein dickes... Oh, jawohl. Nice. Nice. Zwei Millionen. 2,1 Millionen. Das ist auf jeden Fall schon mal, äh, wesentlich besser als vorhin. Das ist sehr... Das sieht sehr gut aus. Nice. New Highscore. Sehr schön. Okay. Ein, äh, letzter Versuch mit einem anderen Auto, würde ich sagen. Und zwar mit... Mit... Was fahren wir denn? Mit... 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 Wir fahren mal mit dem, äh, schönen Bus. Und eventuell mit mehr Speed. Ich wollte aber eigentlich mal eine andere Position. Ja. Das sieht doch sehr nice aus. Das sieht sehr, sehr gut aus. Und wir versuchen mal unser Glück. Und, und. Jawohl. Der Bus kam genau richtig. Und wir fliegen. Und wir klatschen. Oh, das ist der Rekord. 2,8. Alter. Ganz knapp am Highscore vorbei. Schade. Schade. Oh, oh, oh. Wir könnten es... Mit dem Bus können wir es auf jeden Fall schaffen. Deswegen nochmal einmal mit Fullspeed. Vielleicht haben wir wieder Glück. Oh, da war eine Ampel. Aber, äh... Oh, doch, doch. 2,2... Doch, 2,2 Millionen. Okay. Wir versuchen es nochmal mit dem Bus. Ein bisschen Glück müssen wir doch haben. Wir müssen doch mal jetzt irgendwie... Irgendwie... Ja. Das sieht gut aus. Jawohl. Kann mich noch einer überfahren vielleicht? Ne, dann nicht. Okay. Ich würde sagen, wir versuchen eine andere Karte. Und zwar machen wir mit Stormdrain weiter. Hier ist ein LKW unterwegs, so wie es aussieht. Und wir haben einen Bus. Und klatschen schon mal schön auf den Boden. Einfach nur. Ja, das war nicht so. Nein. Wir versuchen ein anderes Vehikel. Ich würde sagen, äh... Was bietet sich besser an als ein Sofa? Und die Position ist so episch. Wie perfekt, ey. Wie einfach mal kam. Ja, nice. Aber die Punktzahl ist jetzt nicht so berauschen. 700.000 ist jetzt, äh... Auch nicht unbedingt das, was ich mir erhofft habe. Ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Zumal wir damit, äh... Nicht bester sind. Aber wir haben den Zeitpunkt auf jeden Fall gut gewählt. Ich würde sagen, wir gucken mal, was es noch für andere Richtungen gibt, wo wir herfahren könnten. Hm... Hm, 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 hm. So, wir nehmen die Charakterkamera und ein anderes Vehikel, den Banditen. Attacke, los. Hau rein. Okay, wir sind noch im Auto. Fahr runter, fahr runter. Jawoll. Oh, wir wurden voll da reingequetscht. Nice. Aber punktetechnisch, äh... Ist hier, glaube ich, nicht so viel zu holen. Und die Map, äh... Muss ich sagen, ähm... Ist auch nicht so der Oberbrüller. Deswegen, äh... Gehen wir direkt weiter in Like a Glow. Ein Parkplatz. Auf dem wir was machen sollen. Einparken. Einparken. Ja, eingeparkt, 10.000 Punkte. Das ist absolut ein neuer Rekord. Ähm, ich würde sagen... Was zur Hölle? Gibt's hier Rekorde? Welcher? Hahahaha, Tenchi, 19.000 Punkte. Warum nicht? Tenchi, warum keine 19.000 Punkte? Also, es gilt, 19.000 Punkte zu schlagen. Ähm... Kein Ding. Park 65.000... Haha. Okay. Ja, 65.000 Punkte. Wir sind damit absoluter Rekordhalter. Ähm... Haben hier richtig schwer einen dagelassen. Das ist, äh... Unschlagbar, was wir hier abgeliefert haben. Ja, wir befinden uns auf Platz 76.000 in der Rangliste. Kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Und, ähm... Wir sind bereit für die nächste Map, würde ich sagen. Ja, was haben wir hier? Äh, Roundabout. Okay, Roundabout sieht aus wie ein Kreisverkehr, wo viele Autos durchfahren. Okay, cool. Da würde sich anbieten... Wir nehmen... Wir lassen einfach mal den Banditen drin und versuchen einfach mal jetzt hier, äh... Ja. Okay. 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 Das... Gab Schaden. Aber nur 400.000 dafür, dass hier alles im Arsch ist? 400.000? Ernsthaft? Das ist ja gar nichts. Was gilt es zu schlagen? 2,3 Millionen. Ja, 2,3 Millionen, äh... Kriegen wir hin mit einem anderen Vehikel. Ich glaube, hier würde sich der Maximum echt anbieten. Weil der schon, äh... Ordentlich ist, ja. Und ich würde hier schon gerne getroffen werden. Oh, wir fliegen raus. Wir fliegen raus. Und wir werden vollends weggedätscht. Ja, nice. Das Auto fährt noch. Ja, okay. Wir fahren weiter. Machen noch ein bisschen hier, ein bisschen Karamulage. Ja, kein Ding. Ja, wir schieben die wieder in den Tunnel. Wir nehmen die Autos und schieben sie wieder in den Tunnel rein. Ach, was nehmen wir denn für ein Auto? Was nehmen wir denn für ein Auto? Was ist eigentlich das hier? Den... Wir können ja auch die Autos nehmen, die ich noch nicht gespielt habe. Zum Beispiel das hier. Alter, was ist denn mit ihm falsch? Weil er ja keine übertriebene Position hat. Nein. Alles cool. Alles cool. Ich habe schon die Knochen brechen hören. Ja. Wir haben 1,4 Millionen. Alles klar. Alles klar. 1,4 Millionen ist auf jeden Fall schon besser. Ähm. Aber. Ich glaube, was hier nicht so cool ist, ist die Position, oder? Was ist mit ihm los? Alter, bist du völligs Banane in der Birne. Wie hängt der denn bitte da dran? Wie so eine eklige Spinne. Ja. Ich werde einfach mal abgewohnt. Ja. Nee. Nee. Anderes Vehikel. Wir nehmen, glaube ich, den Boogie Bus. Den Boogie Bus haben wir auch noch nicht gehabt. Äh. Und da haben... Nice. Nice. Okay. Vollspeed. Fullspeed. Attacke. Alter, wir hangen da vorne dran. Wir sind frontal dagegen geklatscht. Krasse Scheiße. Ach, du Kacke. Wie weh. Das muss... Ach, du... Ahnst es nicht. Okay. Fullspeed. Wir haben Fullspeed bekommen. Oh, nice. Ja. Das war jetzt auch nicht so cool. Also wir müssen entweder hier frontal mit irgendeinem zusammen klatschen. Oder wir müssen durchkommen. Dass wir hinten rein... Allen quasi in diese Ecke, wo alle Autos sich treffen. Den Grimm-Wagon haben wir auch noch nicht. Ah, ist das ein Leichenwagen? Jo. Ganz so aus. Dann würde ich sagen, suchen wir uns noch eine coole Position aus. Dass wir auch direkt damit abtransportiert werden können. Oh, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Jawohl. Jawohl. Nice. 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 Aber nur 1,2 Millionen. Oh, nee. Das ist nicht... Nee, 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 nee. Noch ein Versuch. Also wir kommen auf jeden Fall gut durch. Aber dann... Okay. Ja. Ich brauche die Charakterkamera. Der Charakter ist wichtig, aber... Ah, es soll nicht so sein. Wir können doch mal einmal den Wikitik versuchen. Aber danach wechseln wir die Map. Und versuchen unser Glück woanders. Oh, yes. Nee, 600. Nee, 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 nee. Wir versuchen... Äh, Frogger... Oh, nice. Hier gibt's fette Karambolage. Hier gibt's richtig fette Karambolage. Attacke. In die Busse rein. Wie zur Hölle sind wir so weit durchgekommen? Und wie zur Hölle... Alter. Ha, 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 ha. Äh, warum hab ich das jetzt resettet? Was ist los mit mir? Das waren 1,5 Millionen Punkte, die ich locker mit hätte nach Hause nehmen können. Fullspeed. Fahr weiter. Alter, du musst mindestens mal in die Busse kommen. Hier oben ist ja voll öde. Da geht ja gar nichts, Mann. Ernsthaft? Auf ein neues. Jawohl, jawohl. Jawohl. Nice. Nice. 750.000, wir hatten schon 1,5 Millionen, ich hab sie weggedrückt. Und wir brauchen, alter, 5 Millionen sind geboten. 5 Millionen Punkte sind verdammt nochmal geboten. Ich glaube, hier ist es echt Zeit für den Schnellsten. Und zwar für ihn hier. Und dann auch noch mit Fullspeed. Ja. Oder es ist, äh, nicht Zeit für den Schnellsten. Oh, nice. 980.000. Er rastet noch aus hier. Er macht da unten nochmal fette Karambolage. Warum gibt das eigentlich keine Punkte mehr? Der hat da nochmal ordentlich was an Schaden, äh, gemacht. Warum? Warte mal, können wir hier irgendwas mit Obstacles reißen? Wir können da vorne, oder da oben, können wir eine Rampe hinsetzen. Oder wir setzen da eine Rampe hin. Ne, das war falsch. Cancel. Hier muss ich hin. Wir setzen hier eine kleine, nicht so hohe Rampe, weil wir wollen ja nicht zu weit fliegen. Wir wollen einfach nur, äh, wir wollen einfach nur... Also, da sitzt die Rampe echt verdammt beschissen, ja. Aber ohne Scheiß, richtig beschissen. Ähm, wir gucken nochmal kurz. Ich mach mal hier noch eine Rampe hin. Ich weiß nicht, ob uns das irgendwas nützt. Wie sich das einfach mal anhört, ja. Aber das waren... Ey, das waren eine Million Punkte. Verdammt, das waren doch so viele Punkte. Ähm, ich mach die Obstacles wieder weg. Die sind nicht, äh... Da müssen wir irgendwie anders, äh... Müssen wir irgendwie anders hinkommen. Ähm, ich würde sagen, wir versuchen mal den Wastelander. Der Wastelander ist eigentlich so... Ja, der ist, ist, äh, schnell, kompakt, stabil. Der kommt gut irgendwo durch. Und verkackt's am Anfang. Mit Fullspeed, komm. Komm schon, komm schon. Mindestens bis zu den Bussen müssen wir durchkommen. Aber vor allem nicht auf der Mittellinie liegen bleiben, Mann. Das ist doch, äh... Ich würde schon gerne bis ganz hinten durchkommen. Auf jeden Fall. Warum fährst du nicht weiter? Warum fährst du nicht weiter? Wir können ja mal... Wir versuchen mal mit, äh... B eine andere Streckenführung. Vielleicht diese hier. Vielleicht kommen wir besser durch, wenn wir ein bisschen uns links halten. Ja. Alter, zwei Millionen Punkte. Nice. Instant zwei Millionen Punkte? Krass. Okay, das, äh, wundert mich jetzt. Wo gab's denn auf einmal so viele Punkte? Ja. Da gab's auf einmal viele Punkte. Ich versuch mal mit weniger. Vielleicht müssen wir einfach so... Ja, das Auto nehmen wir einfach mit. Fahr weiter. Fahr. Fahr doch weiter. Was ist denn falsch mit dir? Scheiß auf die Palme. Scheiß auf... Fahr weiter. Ah, nein. Okay, ein letztes. Ein letztes. Mit Fullspeed. Also wenn das jetzt nichts wird, dann weiß ich's... Auch nicht. Aber das wird nichts. Wir... Machen noch einen Versuch. Es muss doch gehen, dass wir bis ganz hinten hinkommen. Da sind so viele schöne, schnelle Autos, die wir alle kaputt machen können. Verpiss dich. Hau ab. Ich muss weiter. Okay, ein letzter. Ein letzter. Ein letzter. Es muss... Es muss gehen. Wir müssen da hinten an... Warum kommt immer dieses Scheiß-Auto? Hau ab. Geh an die Seite. Ich muss da durch. Ich hab ne Idee. Ich hab ne Idee. Okay, ein vorletzter Versuch noch. Ich kann ja auch selber hier... Ähm... Driven. Deswegen, ähm... Vielleicht mit bisschen mehr Speed. Wäre vielleicht doch nicht ganz so schlecht. Ja. 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 Oh, wir fliegen. Wir sind in der Luft. Wir können hier unten nochmal richtig Karambolage machen. Nice. Aber zu wenig Punkte. Okay, Freunde. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Werden wieder auf Highscore-Jagd gehen. Und, ähm... Ja. Dann geht's weiter. Bis dahin. Macht's gut. Haut rein. Tschüss.